Stocherkahn Via Verde präsentiert in Tübingen. In den romantischen Morgenstunden ein entspanntes Frühstück auf dem Neckar. Genießen Sie auf einem unserer traditionellen Stocherkähne wohntuende Entspannung in wundervoller Atmosphäre. Die Via Verde Stocherkahn Fahrschule garantiert viel Spaß beim Selberstochern mit Diplomvergabe. Das exklusive Geschmackserlebnis in der Natur. Grillen auf dem Stocherkahn. Gondeln Sie vorbei an Tübingens prachtvoller mittelalterlicher Stadtfront. Mit einem kleinen Stocherkahnrennen bringen wir Ihre Gäste so richtig in Schwung und schaffen eine tolle Gruppenstimmung. Ihre Feier oder Veranstaltung bis zu 200 Gästen ist bei uns in den besten Händen. Egal ob Geburtstage, Hochzeiten oder Firmenveranstaltungen. Davon werden Ihre Gäste noch lange erzählen. Dazu spielen unsere Musiker gerne auch live auf den Stocherkähnen. Genießen Sie ein unvergesslich schönes Erlebnis auf dem Tübinger Neckar mit dem Team von Via Verde. Besuchen und reservieren Sie uns jetzt unter www.stocherkahn-viaverde.de 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 www.stocherkahn-viaverde.de